und danach jetzt jim ja und danach noch mal lernen und jetzt bist du dran durchströmung damit und dann habe ich rumgeräumt hoffentlich nicht rumgemacht aber darfst du jetzt ihn umgeräumt hab ich ja verwirrt ich glaube auch aber beide ne der eine ist noch ok ne den habe ich auch paar mal rumgeschickt ich habe ihn sogar einmal durchströmt wenn ich ganz ehrlich sein soll warum geht er die ganze zeit an der an der wand was ist das für ein hund alter lange arbeit ja so ungefähr ok johnny fast ich habe beide weggeschickt der zu uns ist dieses kleines autos macht voll spaß um zu schuppen das war knapp verfehlt johnny oh der auch ich glaube ihr köpfchen ist nicht beim sächen was macht er da was ist das für einer mann ja oder so ich habe ich habe ich habe oder du hast ich bin oder du das ist doch nicht einfach maßlos zu schlagen ach echt ja man kann nie wissen ob wir nun die segeln hissen aber nicht oder wissen ähm ähm nein das nein die bissen die haben ihn nicht berührt oh nein du hast ihn auch nicht berührt ich glaube der hätte ihn so oder so nicht reingemacht genau das ist aber ein schönes hin und her ich habe gegner wieder gerammt dass er nicht an ball kommt ich wollte nur weil das wieder wachen wir ich habe der andere staatlich strömung aber was machst du denn ich habe bis klick das ist aber egal du hast mich gerade erschreckt alter jetzt hat es irgendwie zweimal das hat nicht gedreht weißt das war voll komisch egal ja kenne ich manchmal wenn es bei mir als ich nicht drehen soll dreht sichs nichts ok ich gehe mit ok auch wenn du es noch nicht geschrieben hast äh ja ok ja fast fast oh mein gott oh man ich war gerade am tippen meine wurstfinger waren nicht auf der taste wo sie waren was waren nicht auf der taste wo sie waren alter alles klarchen naja ich dachte ich soll deutsch lernen das war keine glanzparade oder wie soll ich ihn direkt auf der linie klären nächstes mal oder wie ja die scheiße bin so schlecht schlecht lustig ist mir war klar dass die dna nicht machen werden den vielleicht sogar schon eher nicht der eine aber der andere er hat hinten nur gelungen hat dann ohne mit das stadt oder ohne joghurt oder wie es heißt ja doch oder ich habe ihn raus weggeräumt dass du das tor machen kannst du das habe jetzt auch noch nie erlebt glaube ich das ist nach fünf minuten noch 00 stand wir sind eigentlich immer gefährlich und das ist relativ ausglichen beide haben drei schüsse teams natürlich weil der eine blaue der kann gar nichts jetzt jetzt ja ich liebe oh mein gott und er hat sogar eine parade dafür gekriegt ich glaube der lohn hat extra power ich bin hinten gut aber ich werde nicht sprinten da müssen wir jetzt schon was machen ja ja oh gott der ball kam zu schnell habe ich langsam eingeschätzt gehabt angetäuscht ok hallo macht macht man du ja sehr schön der wollte er direkt geliebt der andere auch lächerlich alter lächerliche opfer opfer